Willkommen zum Import und Production Day. Heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema. Immer wieder werde ich gefragt, wie man Betrüger erkennen kann. Und hier bekommst du meine acht Tipps, wie du 99 Prozent aller Betrugsfälle vermeiden kannst. Erstmal vielen Dank an alle, die vorgestern bei dem Webinar dabei waren. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, hat man sicherlich auch gemerkt. Und aus den 45 bis 60 Minuten, die ich eigentlich dafür eingeplant hatte, sind dann irgendwie auch 90 Minuten geworden. Und ich konnte nicht mal alle Fragen beantworten. Sorry dafür. Webinare wird es jetzt regelmäßig geben, meistens Anfang der Woche, Montag, Dienstag. Und wenn du daran teilnehmen möchtest, beziehungsweise eine Information darüber haben willst, wäre es eine gute Idee, dich jetzt in meinen Newsletter einzuladen. amzpro.io und da gibt es eine Newsletter-Funktion. Da kannst du dich eintragen und kriegst dann auch die Notification, wann das nächste Webinar stattfinden wird und zu welchem Thema. Oder du gehst direkt auf die Webseite amzpro.io slash webinar slash und da findest du dann auch alle Informationen. Gut, jetzt aber genug geplaudert. Es geht heute um ein wirklich wichtiges Thema und zwar, wie kann ich Betrüger im Asia-Geschäft erkennen? Ja, das sind die sogenannten Scams. Und da habe ich so eine Art 8-Indikatoren-Plan gemacht. Also 8 Indikatoren, wie man Scams am besten erkennen kann. Und das hat mir bislang zumindest immer geholfen, dass ich auf einen Betrüger nicht reingefallen bin. Ja, nicht nur, dass ich das Geld nicht überwiesen habe, Gott sei Dank, das wäre nämlich dann sonst weg gewesen, aber ich habe auch meine Zeit nicht an den Jungs verschwendet. Und der erste, allerwichtigste Indikator ist, wenn der Preis wirklich zu günstig ist, zu schön, um wahr zu sein. Ja, nehmen wir mal an, alle 5 Anbieter bieten dir die Powerbank, 10.000 Milliampere, an zwischen 8 und 10 Euro. Und einen Kollegen hast du dabei, der macht das für 5 Euro. Er hat seinen Grund, warum er das für 5 Euro anbietet. Entweder ist es Schrott oder er will dich abzocken. Beides willst du nicht wirklich und deswegen machst du mit dem auch keine Geschäfte. Du kannst eigentlich schon die Verhandlung abbrechen. Der zweite Indikator ist, wenn er nur Bezahlmethoden akzeptiert, wo du dich nicht beschweren kannst, beziehungsweise wo du auch das Geld nicht zurückverlangen kannst. Zum Beispiel Western Union ist so eine Zahlmethode und dann eben auch die Direktüberweisung von deiner Bank denn auf das Bankkonto zu dem Supplier oder zu dem, der dir die Produkte angeblich verkauft. Und besonders spaßig ist es, wenn der Inhaber des Bankkontos, wo du das Geld überweisen sollst, nicht mal eine Fabrik ist oder nicht mal der Hersteller ist, sondern Mr. Wong aus Hongkong. Und Mr. Wong aus Hongkong nimmt das Geld dann angeblich entgegen und gibt es dann der Fabrik aus steuerrechtlichen Gründen oder wie auch immer. Komm, mach diese Späßchen auf gar keinen Fall. Da kannst du ja besser mir das Geld spenden, weil weg ist es sowieso. Besonders spannend, und da sind wir schon bei Nummer 3, ist, wenn auf der Webseite deines Anbieters, mit dem du gerade verhandelst, das Alibaba Gold Supplier Symbol eingebunden ist. Und du gehst dann auf Alibaba und guckst nach, ob der denn dort auch gelistet ist. Und siehe da, der ist gar nicht auf Alibaba. Das heißt, der hat mit Photoshop das Bild bei sich auf einer Webseite eingebunden, obwohl er gar nicht bei Alibaba Mitglied ist. Ist auch ein riesen Red Flag. Und wenn das noch nicht genug Red Flag sind, dann kommen wir zu Indikator Nummer 4. Und hier kannst du erkennen, dass das Angebot sich von Scammern zu Firmen oder zu Herstellern, die es ehrlich meint deutlich unterscheiden. Ehrlich meine Hersteller, die haben ein bisschen detailliertere Angebote. Da steht dann eben die Milliampere Zahl von der Powerbank, die Spezifikation, wie groß die Powerbank ist, was für ein Gewicht die Powerbank hat und wie lang das Kabel möglicherweise ist. Ein Betrüger, der wird sich da relativ bedeckt halten mit Spezifikation, weil er sich vermutlich mit dem Produkt auch nicht so gut auskennt. Da wird dann vermutlich nur stehen, Powerbank, 10.000 Milliampere, 4,50 Dollar. That's it. Das ist einfach zu wenig für ein ernst gemeintes Angebot und wäre auch schon mal so ein Indikator. Die Nummer 5 ist, wenn der Geschäftspartner, der vermeintliche Geschäftspartner eine Free-E-Mail hat, also sowas wie Gmail oder wie in Deutschland GMX, macht gar keinen Sinn. Warum soll er denn eine GMX oder eine Gmail-Adresse, Gmail sowieso nicht, das ist ja in China eh ein bisschen schwierig da ranzukommen, da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Das macht halt keinen Sinn, wenn man mit einer Factory sich geschäftlich unterhält, dass dann der Sales über eine Gmail-Adresse kommuniziert. Ist völlig untypisch. Und wenn unten die Signatur auch nur eine Handynummer darstellt, was dann gleich mein Punkt 6 wäre, dann ist es natürlich auch ein Indikator, dass es dort gar keine richtige Firma gibt, sondern eine Handynummer, eine Mobilfunknummer, die kann man überall bekommen. Wie man chinesische Mobilfunknummern identifiziert, das schreibe ich unten drunter in meinen Kommentaren. Bei der Signatur sollte man auch aufpassen, dass die wirklich ordnungsgemäß ist mit Webseite, mit Festnetznummer, mit Telefaxnummer und dass die Nummer, die Vorwahl auch zu der Provinz passt, dass das alles irgendwie stimmig ist. Und wenn da eine Adresse steht, dann bemüht ruhig mal Google Maps und guckt auf Google Maps, was das denn für eine Region ist, wo er angeblich seine Fabrik hat. Ob das vielleicht nur ein Bürogebäude ist und der produziert er gar nicht. All das sind so Indikatoren, dass man schon misstrauisch werden könnte. Wenn die Webseite nur auf Englisch ist, wäre das auch ein Indiz dafür, dass man hier mit einem Betrüger diskutiert oder schreibt, weil normalerweise in China wird es so gemacht, dass erst die Webseite in Chinesisch aufgesetzt wird und dann als zweite Sprache erst in Englisch. Aber Betrüger haben ja gar kein Interesse an dem inländischen Markt. Die wollen ja mehr die ausländischen Kunden abzocken. Und deswegen fangen die gleich mit Englisch an. Und zu guter Letzt natürlich, und das ist jetzt mein Punkt 8, wenn der vermeidliche Supplier ein Factory Audit erst dann zuletzt, wenn du die Anzahlung geleistet hast. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenindikator dafür, dass du mit dem sicherlich keine Geschäfte machen möchtest. Genau, das sind meine 8 Punkte und damit hast du ungefähr 99,9% aller Betrüger irgendwie identifiziert und rausgefiltert. Und noch ein kleiner Hinweis, das höre ich auch immer wieder, die sogenannten Backdoor-Deals. Ja, das heißt, du hast dann einen Verkäufer gefunden, der dir die neuesten iPhone 9 oder 10 oder was es da so gibt, günstig anbietet, weil sein Bekannter, der arbeitet bei Foxconn in der Fabrik und der kann die Kisten oder die iPhones kistenweise hinten durch die Hintertür rausschleppen und er kann sie denen zum günstigen Preis anbieten. Come on. Leute, Apple und Foxconn, die geben sich so unglaublich viel Mühe, dass all die Neuentwicklungen, die dort produziert werden, eben nicht bekannt werden, dass sie geheim gehalten werden. Und da kann man doch nicht glauben, dass ein Mitarbeiter, der sonst am Band steht und den Lötkolben schwingt, da kistenweise die iPhones aus dem Laden rausziehen kann. Das gibt es nicht. Es gibt keine Backdoor-Deals. Niemand ist in der Lage, in so einer Fabrik, wer schon mal da gewesen ist, der weiß das. Man kann diese Fabriken eben, ich sag mal, nicht unbeaufsichtigt betreten oder verlassen. Ja, und gerade Foxconn oder auch wo Samsung produzieren lässt, all das ist nicht möglich. Backdoor-Deals gibt es nicht. Und wenn euch jemand einen Backdoor-Deal anbietet, das ist zu 99,999% auf jeden Fall ein Betrüger. Ja, und die restlichen 0,001%, da bist du an Spinnern. Aber grundsätzlich gibt es das nicht. So, nochmal zusammengefasst. Die wichtigsten 8 Punkte, um Betrüger zu erkennen. Der Marktpreis ist zu niedrig. Der Verkäufer akzeptiert nur, ja, Zahlungsmethoden, die man nicht zurückfordern kann. Western Union oder Banküberweisung. Er hat kein Alibaba-Profil, obwohl er mit Alibaba auf seiner eigenen Webseite wirbt. Er schickt nur Angebote mit oberflächlichen Produktinformationen. Er hat nur eine Free-Mail, also eine freie E-Mail-Adresse, wie Gmail, wie GMX, was weiß ich. Seine Telefonnummer oder seine Kontaktdaten sind meistens dann mobil. Also er hat keine Festnetznummer irgendwie in seiner Signatur drin. Seine Webseite ist nur auf Englisch und ein Factory Audit wird abgelehnt. Das sind die 8 Punkte und Backdoor-Deals gibt es auch nicht. Also 8 plus 1 sind 9 Gründe oder 9 Indikatoren, wie du einen Betrüger erkennen kannst eigentlich. So, das war es für heute. Sonntag geht es dann mit dem Marketing-Day weiter. Da habe ich dann wieder ein spannendes Thema für euch parat. Und was am Dienstag passiert, das weiß ich noch nicht. Da war ja eigentlich Ask Jens. Ask Jens, das Format ist jetzt ja gecancelt. Und da lasse ich mir aber bis Dienstag sicherlich noch was einfallen. Der Kanal wird hier abonniert, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du über die neuesten Webinare informiert werden möchtest, amzpro.io, dort einfach in den Newsletter eintragen. So, macht's gut. Bis dann. Tschüss.